Und lass uns einfach mal kosten, mal sehen, was der Gaben dazu sagt. Auch probiert? Schmecken, schmecken genauso, schmeckt alles gleich. Ich sag mal, was man sich so immer vorstellt und das was ganz Schlimmes ist oder so, ist eigentlich nicht. Es ist nicht steuer. Also, man kann das essen? Es ist nicht schlecht. Also, egal wie der Satz jetzt endet, den kann man wieder so oder so auslegen. Aber der Ziegenkäse ist auch ganz toll. Ja, aha. Es ist okay.